Die Startbahn und rollen hinter dem Gespann rechts rüber. Alles klar, die Startbahn rechts rüber rollen, zwei Seile nicht aufgelassen. Mit den Klappen kann ich den Winkel dann verändern. Du hast ihn rüber gerollt jetzt. Wir gehen jetzt so ein bisschen auf die Mitte, damit wir die Seine nicht fangen. Das hier links ist die Startbahn und jetzt fliegen wir einfach neben dem Land. Davor wäre das zu knapp gewesen und dahinter kämen wir...